Jo Leute, willkommen zur nächsten Folge der Minecraft Fakten. Heute gibt es tatsächlich mal wieder eine Folge. Und ja, that's it. Wenn ihr weitere Ideen habt, für Minecraft Fakten anschließt mir das Video, wie immer. Bei welchen Dinge, die ihr gut findet, wir haben da oben. Da sieht die Fakten aus, wie die Version 1.19. Und Fakten vorbei. Dann würde ich sagen, legen wir los mit Fakten Nr. Uno. Und der kommt von nichts von uns mal eingeführt. Da schreibt, ziehen können sie in Blöcke weit springen. Mal gucken, ob sie irgendwie cool testen können. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und hier machen wir hier eine kleine Basis. Irgendwie so. Ich bin euch mal gespannt, ob die das so können. Wie viele Goats hier gibt es, Alter. Hilfe. So, dann spawne ich mich mal. Hier ist der Goat. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sie irgendwie springen kann. Ich weiß nicht, wie man das am besten triggern kann. Vielleicht muss ich irgendwie kurz warten. Wir können mit einem anderen Fakt weiter machen. Und später gucken wir dann, ob die hier gesprungen ist oder nicht. Vielleicht können wir da noch ein bisschen näher dran machen. Zur Sicherheit. Und dann machen wir das mal eben so. Und machen wir heute mit dem nächsten Fakt. Und zwar handelt ihr auch von Ziegen. Und zwar, die Goals bekommen weniger Fallschaden. Da ist man eben kurz raus. Das ist von hier oben. Und der überlebt einfach heißkalt. Das geht jetzt auch nicht, ne. Aber das ist krass, so eine kleine Ziege. Überlebt so 33 Blöcke. Aber so easy peasy. Und verschwischt man den Nether. Das ist schon heavy. Ich meine, wie kann ich das am besten vergleichen? Und jetzt hier. Fällt mir ein Schaf. Na. Wahnsinn. Da steht noch ein Barrierblock. Der hier oben ist. Wo auch immer. Das hatte. Fuck nur diese Welt hier. Wer weiß, ihr seht, die stirbt. Na die Ziege. Die juckt das nicht. So. Jetzt ist sie tot endlich. Ich hoffe, ob ich sie irgendwie ein bisschen jagen könnte. Eventuell noch. Durch eine Option. Die andere Richtung. Ähm. Ich mache noch eine andere Basis hier. Verkleinere die so ein bisschen. Und. Dann schauen wir mal. Jaja, gut. Jetzt ist sie natürlich tot. Ich glaube, ich muss sie aber noch ein bisschen mehr größer. Ich weiß nicht, wo man es rögern kann. Vielleicht kann man im Kopf hier jemand vorbeischauen. Ich kenne mich mit den ganzen neuen Mobs und so nicht aus. Dann entschuldige ich mich das. Ja. Ach es mal, was. Wiki hilft bestimmt. Stimmt. Aha. Ja, erstmal nicht, denke ich mal. Ach, steht so mein Club Wiki, deswegen würde ich sagen, glaube ich, das jetzt einfach mal. Gut. Ich lasse mal in den Fakten sind von Singa777. Er schreibt als erstes ein Helmschild zu verfallenden Dripstones. Dripstone, das ist wahrscheinlich das hier, ne? Und das soll angeblich fallen können. Die muss ich so machen. Andere Seite natürlich. Jetzt wird der runter. Rollen wir schützen. Wie macht man das? Ähm... Das wollte ich gar nicht. Ich nehme mal einen anderen Block. Welcher Block wäre denn OneHit? Das ist eine gute Frage. Welcher Block ist OneHit? Lauf geht relativ schnell, ne? Falls man jetzt einen Riftstone ran platzieren kann. Nein, nicht. Geht das mit Erde? Ja. Das war's mal so aus. So, weib ich hab' meinen Helm auf. Und O hin. So. Okay. Ich hab' mir auf jeden Fall Schaden genommen. Also, heftig Schaden, ne? Das ist voll'n krasserer Stalagnid hier. So heißen die, glaub' ich, ne? Das war echt heftig. Was war denn hier mal? Boah, Alter. Ich will, ich schneide jetzt auch hier oben, ne? Drei Blöcke drüber. Und hier waren wir vier Blöcke. Und den Tripstone. Jetzt wollen wir ohne Helm. Ja, hier leben ist natürlich... Boah, ich hab' vier und halb Herzliens gehabt. Vier und halb. Und jetzt mit Helm. Mach' mal, wieviel leben? Auch vier innerhalb, ne? Mal ohne Helm. Halbes Herz, glaub' ich, schützt das eventuell. Vielleicht muss ich mal austesten, wenn ihr wollt. Vielleicht auch irgendwie, dass ein Milchbörl den irgendwie fallen lässt oder so. Und dann hat man vielleicht ein bisschen besser vielleicht noch testen. Ähm. Ist im Single-Band-Play vielleicht ein bisschen schwierig. Okay, dann kommen wir zum letzten Fact für heute. Und zwar, man braucht keinen Comparator, um ein Blitz- und Signal von Blitz-Ableitern zu empfangen, wenn der Blitz einschlägt. Also, Blitz-Ableiter. Was ist das für'n Ding? Wahrscheinlich Lightning-Rot, ne? Denk' ich mal. Dann gehen wir den hier hin, machen hier die Spur. Machen Weather-Clear. Dann machen wir hier den Summon-Bold. Ah, geht das? Wir sehen. Hier geht's auch an. Ich brauche keinen Comparator, um das Signal abzufangen, halt quasi, ne? Das geht. Ohne. Sehr interessant. Das ist so geht. Gut, dann wäre es das gewesen bei der Folge. Ich hoffe, euch ist es gefallen. Lasst einen Link da, abonniert den Kanal. Und tschüss.